Adelaida Fernandes de Juan Mitleid unter der Sonne Reyes, wenn auch nicht vorsätzlich Ort und Zeitpunkt sind Ihnen ja bekannt Reyes kenne ich seit 15 Jahren, das weiß ich genau, weil Volodya 15 ist Sein Sohn, den er mit der Russin Yekaterina hat Das tut nichts zur Sache? Sie werden sehen das doch Ich bin schon gestraft genug, also lassen Sie mich reden, solange bis mir die Spucke wegbleibt Und alle anderen Säfte dazu Das wird mir gut tun Reyes und Yekaterina zogen in das Zimmer neben uns Als er mit dem Studium in Russland fertig war Richtig, damals sagten alle Sowjetunion Aber weil der Onkel, bei dem ich groß geworden bin, immer Russland sagt Der da hinten in der letzten Bank mit der Glatze Sag ich auch immer Russland Jedenfalls, solange mein Sohn Miguel nicht da ist Der das nicht gerne hört Mein Sohn? Aber in der Sprache kenne ich mich nicht so gut aus Wie gesagt, Reyes und Yekaterina waren meine Nachbarn Ich hatte die Grüße auf den Flur und wurde schon ärgerlich, wenn Reyes die Leute umarmte und Küsschen verteilte Seien wir doch ehrlich, wir sind alle neugierig Da helfen die besten Manieren nichts Das wird Ihnen genauso ergehen, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen Ich habe mich jedenfalls bei erst bester Gelegenheit in das Zimmer von Reyes hineingeschmuggelt Das war nach einer Woche Schon als ich die Nase hineinsteckte Den Teller Milchreis zum Vorwand in der Hand Roch es nach Neuem, nach Geschäft Wie in Zimmern, die das erste Mal eingerichtet werden Wirklich wahr, denn Reyes und Yekaterina schleppten alles aus Russland an Wahrscheinlich, um sich einzubilden, immer noch dort zu leben Stellen Sie sich das mal vor, bei dem Lärm der Hitze und so vielen Mücken Wie wollen Sie es da denn schaffen? Aber gut, das gab sich mit der Zeit Als sie mich sah, stand sie da wie die aufgescheuchten Hühner, wenn eine Hündin am Käfig schnuppert Aber ich reichte ihr den Teller mit dem Lächeln einer 26-jährigen Mulattin Und dann ließ sie mich rein Das hat nichts mit dem Vorfall zu tun? Welchem Vorfall? Ach so, die Tote! Lassen Sie mich ausreden Natürlich hat die Geschichte etwas mit dieser miesen Hure zu tun, die ich umgebracht habe Ohne es zu wollen Warten Sie nur ab, ich erkläre mich schon schuldig Aber hören Sie mir erst einmal ganz gut zu Und alle anderen auch, damit wir uns ganz richtig verstehen An jenem Tag stellte sich heraus, dass Yekaterina kein Wort Spanisch konnte Sie versuchte sich bei mir zu bedanken, wusste aber nicht wie Ich stellte meine Schüssel auf den Tisch und nahm ihre Hände Kuki, sagte ich Und du? Sie verstand überhaupt nicht, was ich wollte, die Arme Also legte ich ihre Hand auf meinen Busen und sagte nochmals Kuki Das machten wir ein paar Mal, bis sie mich verstand und Kuki, sagte Intelligent war sie ja, die alte Hexe Dann wiederholte ich es mit meiner Hand Legte sie auf ihre Brust und sagte Yekaterina Yekaterina Reyes? Nein, mein Guter Reyes war bei der Arbeit, zum Glück Sonst wäre es ja nie zu dieser Unterhaltung gekommen Ihr Männer seid zu verkrampft Euch fehlt die Unbefangenheit Und dadurch macht ihr so vieles kaputt Ich holte einen Löffel, damit sie den Milchreis probieren konnte Und das will ich ihnen sagen Ihre Frau kann ihn bestimmt nicht so wie ich Mit süßen Orangenschalen und gemahlenem Zimt Ohne, dass der Reis matschig wird Und die Milch Verzeihen Sie, jetzt habe ich den Faden verloren Wissen Sie was? Yekaterina hat bei mir Spanisch gelernt Man könnte sogar sagen nach der audiovisuellen Methode Denn ich habe Reis gesagt und darauf gezeigt Und Milch und Zucker und die Körner zwischen die Finger genommen Und darüber ist der Bauch Yekaterinas immer dicker geworden Miguel, mein Sohn, war noch nicht auf der Welt Also hatte ich jede Menge Zeit Mein Onkel ging früh in die Zigarrenfabrik Und ich in den Laden Um für mich und Yekaterina die Sachen zu besorgen Dann holte ich Wasser für uns beide Und ab Mittag machten wir Unterricht Warum ich das gemacht habe Sie sind wohl schwer von Begriff Pardon Oder genauso bescheuert wie all die anderen Männer Mir hat das richtig viel Spaß gemacht Ich hatte das Gefühl zu reisen So einfach ist das Wo ich im Leben noch nicht über den Tunnel von Havanna hinausgekommen bin Nach und nach erzählte sie mir In den Worten, die ich ihr beigebracht habe Ihr ganzes Leben Einmal breitete sie eine riesige Landkarte auf dem Bett aus Und zeigte mir, wo sie geboren war Studiert hatte Und an welchem auch sie Reyes kennengelernt hatte Sie sagte Reyes gefallen sehr Sie nannte ihn Ray Und setzte sich eine Luftkrone auf Klar Hab ich das kapiert In ihren Augen war er ein Ray Ein König Ich sagte zu ihr Nee, Yekaterina Männer Alle Mistkerle Und Teufel Keine Ahnung, warum ich mit ihr geredet habe Wie die Indios in den Zeichentrickfilmen Auf jeden Fall haben wir uns langsam aneinander gewöhnt Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Rote Beetesuppe mit Kraut und Joghurt gegessen Eben bei ihr in der Wohnung Sie erklärte mir, dass man das Bursch nennt Und solche riesigen Teetöpfe hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen Nein Nein, Osvaldo, den Vater meines Sohnes Habe ich ihr nicht vorgestellt Er hat mit der Geschichte auch gar nichts zu tun Ich habe auch nicht vor, hier seinen Namen zu nennen Genauso wenig wie seine Adresse Er ist verheiratet und feige wie alle anderen auch Obwohl er der Mann ist Der mir in meinem Leben am besten gefallen hat Und ich hatte eine ganze Menge Ich glaube nicht, dass er auch nur eine einzige Frage überstehen würde Damals kam Osvaldo häufig auf mein Zimmer Und in einem unvorsichtigen Augenblick bin ich schwanger geworden Als ich es merkte, war es schon zu spät Aber ich bereue es nicht, heilige Jungfrau Miguel ist das Beste und fast das Einzige, was ich in diesem Leben habe Kuki kommen schnell, brüllte Yekaterina kurz vor der Entbindung Reyes war in den Minen und kam erst zwei Tage später zurück Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, als ich ihr die Wendeltreppe zum Hof hinunterhalf Und dann war auf der Straße keine Menschenseele zu sehen Zu guter Letzt habe ich den Polizisten mit seinem Motorrad aufgetrieben Der so nett war, uns ins Krankenhaus zu fahren Volodya sah nach der Geburt dürr und durchscheinend aus Wie seine Mutter Wenn sie gesehen hätten, wie die weinte und zu mir sagte Spasiba, Kuki, spasiba Carajo, das ging durch Mark und Bein Mein Onkel meint, das wäre die russische Seele Aber ich glaube, das war noch mehr Ich musste mit Volodya Spanisch reden, denn Yekaterina und Reyes sprachen immer nur Russisch Und was meinen sie? Dieser kleine Engel hat von mir Spanisch gelernt Und zwar verdammt gut, wie sich herausstellte, als er größer wurde Gute acht Monate nach Volodyas Geburt bekam ich dann selbst meine Wehen Ich bat Yekaterina Kümmere du dich um meinen Onkel, ich fahr allein ins Krankenhaus Miguel war ein schwerer Brocken und vielfraß Von Geburt an, groß und schön wie sein Vater Wissen Sie was? Der einzige Besuch, den ich bekam, war der Yekaterinas Im Regen kam sie Und als ich sie sah Nass bis auf die Unterhose mit einer Thermoskanne Tee und einer Schale Milchreis Wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte Eine Russin, die kreolische Süßspeisen fabriziert Unsere Kinder wurden zusammen groß Was so viel heißt wie Miguel hat eine Schwäche für Tee Und Volodya dürfte immer noch verrückt sein Nach meinem ordinär gebrauten Kaffee Mireia Mireia sah ich zum ersten Mal bei Reyes und Yekaterina im Zimmer Das muss vor etwa fünf Jahren gewesen sein Reyes hatte sie geholt Weil sie eine berühmte Spezialistin für Allergien war Das behauptete er zumindest Und sie sollte sich Volodya anschauen, weil der so hustete Schon als ich sie das erste Mal sah, hatte ich ein ungutes Gefühl Ich nahm Yekaterina zur Seite und sagte Die Frau ist nicht gut Lass ihn nicht hier im Zimmer Warum, Kuki? Mach, was ich dir sage, Russin, und frag nicht so viel Mireia kam daraufhin jede Woche zu ihnen Und fragte mich eines Tages sogar Ob ich etwas dagegen hätte, wenn sie Miguel behandeln würde Weil der nachts manchmal so hustete Nein, Senor, es ist altbekannt, dass die Kinder in Alt-Havanna husten Wegen dem Staub, der von den Wänden rieselt Aber das wächst sich heraus, wenn sie größer werden Und so habe ich ihr entschieden den Laufpass gegeben Und irgendwann ist sie nicht mehr gekommen Yekaterina bekam Arbeit als Übersetzerin Das war in den Jahren, als Russisch in Mode war Sie nahm die Texte mit aufs Zimmer und saß stundenlang über einer dieser uralten, eigenartigen Schreibmaschinen und übersetzte Ich kümmerte mich darum, dass die Kinder in die Schule kamen Und überhaupt sorgte ich für den Rest Ich? Wovon ich lebe? Von dem, was mein Onkel verdient Von Oswaldos Besuchen und von dem, was ich an Milchreis verkaufe Das ist nicht viel, aber ich komme über die Runden, Senor Und Yekaterina hat mir immer sehr geholfen, wirklich Außerdem lebe ich für die Bücher und ihre Ideen Ich muss Ihnen sagen Ich bedauere es keine Minute, die Russen gelesen zu haben Und das kam so Yekaterina besorgte sich für ihre Arbeit, Übersetzungen aus dem Russischen Und wollte unbedingt, dass ich sie lese Ich habe ihr gleich gesagt, dass daraus nichts wird Weil ich bei einer Zeitung nicht einmal bis zur letzten Seite komme Aber sie war so begeistert, dass ich mit einer anfing Eines muss ich Ihnen sagen Ich dachte immer, die russischen Männer seien plump und unbeholfen wie die Bären Mit quadratischen Fingern und schlaffen, untrainierten Muskeln Bis ich Anna Karenina las Guter Gott, das ist ein echter Roman Kein Vergleich zu den Fernsehserien Und was sagen sie zu Tschechow Das war ihr Liebling Ich weiß noch gut, wie sie bei Die Dame mit dem Hündchen Am Ende immer anfing zu heulen Die russische Seele, sagte mein Onkel Aber ich glaube, da weinte nicht nur die Seele, sondern sie selbst Mit der Zeit verschlissen die mitgebrachten Sachen in ihrem Zimmer Und sie war jedes Mal ganz aufgebracht, wenn ein hölzerner Kochlöffel zerbrach Oder wenn eine Uhr, die aussah wie der Schlüssel vom Kreml Für immer erschöpft und vom Salpeter zerfressen stehen blieb Und am schlimmsten war es, als das riesige Foto von der heiligen Basilius-Kathedrale herunterfiel Mit dem die Kinder dann Drachensteigen spielten Ich fand das ganz normal und habe immer gesagt, dass die russischen Sachen nichts taugen Aber ich verstand ihren Kummer und ich muss ihnen sagen Irgendwie fand ich's auch schade Wir hatten uns so an zentnerschwere Armbanduhren gewöhnt Und an steinharte Gummistiefel Dass es richtig komisch war, als sie gänzlich von der Bildfläche verschwanden Was meinen sie? Was meinen sie von wegen Büchsenfleisch? Nein, nein, warum soll ich leiser sprechen? Ich habe nichts zu verbergen und ich bin ja auch kein Stockfisch Jede Menge Hunger haben wir dank des russischen Fleisches und der eingemachten Äpfel überstanden Es ist doch wahr, das Zeug schmeckte zwar wie gequirlte Kacke Aber was haben wir jetzt? Jetzt gibt's weder Kacke noch Quirl Noch sonst irgendeinen Scheiß Arme Jekaterina Nicht nur das Zeug ging aus dem Leim Reyes wurde immer lauter und schrie sie an auf Russisch Worauf Volodia, der kleine Engel, sich aus dem Staub machte Davon rannte und sich bei uns im Zimmer versteckte Es gab viele Nächte, in denen er mit bei Miguel schlief Ich machte mir große Sorgen, aber am nächsten Morgen hörte ich Jekaterina wieder tippen Und Reyes ging zurück in die Minen Und manchmal blieb er eine ganze Woche An einem solchen Tag sah ich Mireya, als ich Milchreis im Park verkaufte Sie fragte mich zuerst nach Miguel, dann nach Volodia und zum Schluss nach Reyes Ob ich etwas von ihm wüsste Was willst du von ihm? Fragte ich Ihn grüßen, nichts weiter Und als sie das sagte, wußte ich, dass sie mit ihm geschlafen hatte Ich sammelte meine Sachen zusammen und verschwand Zum ersten Mal war ich davon überzeugt, dass alles, alles ein Ende nehmen würde Als ich nach Oswaldo fragte, hatte ich ihn auch stärker aus den Augen verloren, als mir lieb war Nein, glauben Sie bloß nicht, Mireya und ich hätten etwas gemeinsam Bloß wegen der verheirateten Männer Jekaterina, habe ich gesagt Mädchen, hör auf mit dem Quatsch Rede nicht die ganze Zeit russisch mit Reyes Wenn du mit ihm schläfst, dann musst du ihm sagen Oh, Papi, Papi, du Held, mein Liebster Oh, oh, du machst mich wahnsinnig Und sie? Sie lachte und lachte immer mehr und wurde ganz rot, wie ein kleines Mädchen Aber sie hörte nicht auf mich Und jetzt hat sie den Salat Das letzte Mal war sie vor über einem Jahr bei mir im Zimmer Ich wunderte mich schon, dass sie um diese Uhrzeit noch vorbeikam Im russischen Kleid Dem einzigen, das ihr noch geblieben war und das sie eigentlich nur trug Um die Übersetzungen im Palacio de las Convenciones abzuliefern Sie wusste nicht, wie sie es mir beibringen sollte Sie redete über den ersten Milchreis, den ich ihr gebracht hatte Den Tag, an dem Volodya zur Welt kam Die Silvesternächte, die wir zusammen gefeiert hatten Die Kinder im Arm wegen der Kälte Willst du deine Memoiren schreiben, oder was zum Teufel ist mit dir los? Ich gehe weg und werde Volodya mitnehmen Und nie mehr wiederkommen Und fange gleich an zu heulen Und in dem Moment fällt sie mir so um den Hals Dass wir fast auf dem Boden gelegen hätten Lass Miguel schlafen Ich bringe es nicht übers Herz Mich von ihm zu verabschieden Erklär du ihm alles später Und dann rannte sie die Wendeltreppe hinunter Und ich hinterher, vollkommen perplex Und schrie ihr nach Yekaterina, fehlt dir was? Kann ich dir helfen? Ja, rief sie Glück, wünsch mir Glück, Kuki Und dann war sie verschwunden Das Geheul von Volodya hat sich hier festgesetzt Ganz, ganz tief in der Brust Und nachts wache ich manchmal auf Und sehe sein verzweifeltes Gesichtchen vor mir Im Taxi hinter der Glasscheibe Das ganze russische Zeug verschwand Ich bin es leid, Dinge kommen und gehen zu sehen Man kann noch so stark sein, aber alles hat seine Grenzen Man darf es nicht übertreiben Die sehen ja, ich muss weinen Und ich habe nicht die russische Seele Von der mein Onkel spricht Wie, wie, ja, 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 Senor Ich komme zum Ende Nach nicht einmal drei Monaten kam mir Reia in bester Stimmung Und nistete sich hochmütig bei Reis im Zimmer ein Sie veranstaltete eine Generalreinigung Schob ein Möbelstück nach dem anderen auf den Flur Und scheuerte mit riesigen Bürsten auf ihnen herum Schüttete eimerweise Wasser darüber Aber es half nichts Der Geruch von Jekaterina und Volodia blieb haften Als ob sie jeden Augenblick in der Tür stünden Um zu fragen, ob ich ihnen eine Tasse heißen Kaffee geben könnte Mireia merkte es und wurde fast verrückt Von dem vielen Wasserschütten, das bereits über die Wände und Fenster lief Sogar über das Dach, das ebenfalls seine Abreibungsseife bekam Ich ertrug das alles schweigend Redete mir immer wieder ein, dass es mich nichts anginge Wobei Miguels Trauer mir mehr Kummer machte Als die gute Laune von Reis Aber sie werden verstehen, dass Dass es nicht einfach war für mich Reis hatte sich sehr verändert Ich vermute mal, dass sie ihn auf der Arbeit rausgeschmissen hatten Denn er war den ganzen Tag bei ihr Und renovierte das Zimmer mit Eigenartig fand ich, dass sie mit Tüten und Taschen ein- und ausgingen Aber ich versuchte mir immer wieder zu sagen, dass mich das nichts angeht Wie sich herausstellte, verkauften sie alles Und zwar für Dollar Ha! Was sagen sie dazu? Ich hab es erst ein paar Wochen später gemerkt Als ich mit meinem Topf Milchreis im Park stand Und sie sah Drei Bänke weiter Wo sie die Sachen auf dem Rasen ausgebreitet hatten Und ich stand da und musste zusehen, wie die Erinnerungen, wie ein Teil meines Lebens sich in Luft auflöste Ehrlich gesagt kam ich im Park auf die Idee Mireia eine Tracht Prügel zu verabreichen Reis auch, aber Dann dachte ich an Jekaterina Wie sie sich die Krone aufgesetzt hatte und vergaß die Geschichte Früher oder später wird Jekaterina alles erfahren und ich weiß, dass sie mir nicht verziehen hätte Wenn ich diesen Widerling verdroschen hätte Den, wenn man es genau will, mehr Schuld an allem trifft als Mireia Die Kelle für den Milchreis Ein Geschenk vom Onkel Ist schwer wie Blei An jenem Morgen kam ich besonders früh in den Park Normalerweise achte ich nicht auf die Sonne oder die Wolken Aber an diesem Tag Ja, das ist schon komisch, nicht? Der Himmel war strahlend blau Leuchtete so sehr, dass er mich an Jekaterinas Augen erinnerte Ich weiß auch nicht warum, aber ich lachte in den Wind hinein und war zufrieden mit mir und der Welt Ich schlug ihr dreimal auf den Kopf Mit der ganzen Kraft die Frauenarme hergeben Ich weiß, sie werden es mir nicht glauben Aber ich hatte nicht vor, sie zu töten Ich wollte sie nur bestrafen, so wie sie es verdiente, diese miese Hure Was? Nein Nein, bereuen tue ich es nicht Wie kann ich Ihnen das sagen? Das Das Einzige, was ich vielleicht bedauere, ist Dass diese Scheißnutte mit ihrem Blut die Bücher von Tolstoi und Tschechow für alle Zeiten beschmiert hat Die im Gras lagen, als warteten sie auf Mitleid unter der Sonne Sie hörten Adelaida Fernandez de Juan Mitleid unter der Sonne Aus dem Spanischen übersetzt von Ralf Amann Auf Deutsch erschienen in Govanissimo Junge Erzähler aus Kuba Surkamp Verlag Frankfurt am Main 2000 Lesung Mark Pusch 2021 Kurven